Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu QASM. Weiter geht's. Mit hier dem Schwertkobolt, der meine Angriffe blocken kann. Zack. Zack. Oh nein, ich bin da scheiß Spinnen, ey. Nee, jetzt guckst du doof, wa? Mann, Mist, ey. Dieses Benest kann ich auf keinen Fall essen. Jetzt mal gucken, ob hier nicht immer ein Speicherpunkt ist. Ja, dann ja nicht so clever von mir. Ah, Durchgang. Sehr schön. Das ist auch gut. Dann werden wir das direkt mal nutzen. Um zurück in die Stadt zu gehen. Dann geben wir dem Jäger sein Fleisch. Und was hatten wir noch gefunden? Was hatten wir denn noch gefunden? Was wir abgeben können? Ah, genau. Das Mehl. Für die E-Filme. Oder Ethel. Die gute Seele. So, hier hast du dein Fleisch. Ja, hab ich. Okay, du brauchst also nicht nur eins, sondern vier. Na toll. Na toll. Oh, wie wundervoll. Du hast das Mehl gefunden. Und jetzt kann ich entweder anfangen zu backen. Bitte, nenne mir einer meiner, äh, meiner Vor-, äh, als Belohnung, meine berühmten Scones. Was ist Scones? So, 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 so. Kenne ich jetzt nur vom Eis her. So eine Eistüte. Mann, äh, die sind berühmt und man erzählt sich über meine Cones bis nach Lorelein. Lorelei, Lorelei, lalalalala. Schön. Jetzt können wir wenigstens bei ihr richtig einkaufen. Oh, äh, Baguette für 250. Stellt wie viel wir bei 80, HP? Da kann ich dann doch besser einen großen Zahn kaufen. War der nicht bei 250, der dann 100 herstellt? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall könnten wir uns bei ihr eindecken. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz. Genau. Genau, High Potion. Stellt 150 HP wieder her. Das ist natürlich besser. Ich nehme mal zwei normale Potions mit. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Brot hier. Das müsste man sich dann auch mal genau ausrechnen. Oder Torte oder was auch immer. Hot Pie. Kostet 30, stellt 10 wieder her. Komplett. Kostet 50, stellt 15 wieder her. Wo man damit dann am besten fährt, müsste man sich mal ausrechnen. Ein Eclair stellt 60 wieder her. 550. Marine Cupcake. Ich kaufe mal ein Zart und einmal Brot. Dann sind wir schon wieder pleite. Näh. So, und bei dir gucken wir nochmal, ob du uns Rüstung herstellen kannst. Das kennen wir schon alle. Der Silverhelm. Was macht der? Können wir vergessen. Da ist der Darkhelm besser, den wir aufhaben. Alles andere können wir noch nicht herstellen. Das fehlt uns. Immerhin haben wir schon einmal Gold. Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir noch irgendetwas machen. Upgraden können wir glaube ich nicht. Wir haben keine Steine mehr. Edelsteine. Okay, dann geht's. Bye there. Okay, von rechts sind wir gekommen. Oben geht's weiter. Hallo. Ach Gott, das ist doch ein Glockenturm. Oder? Gucken wir den erstmal zu Ende. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie noch zum Rätsel dazu gehört. Des anderen Glockenturms. Heizonic Receipt. Okay, das ist ja die Feuerwissensolle. Dann hätten wir ihr das halt geben können. Naja. Man steckt nicht drin. Ich liebe es, wenn es so blitzt beim Level-Up. Ah, spinne. Mal eine Spinne. Das war klar, dass du mich erwischt. Ja, wenn ich dann auch noch daneben schlage, ist ganz toll. Und nochmal. Man, ey, ist doch nur eine Spinne. Ich könnte den ruhig mal freischalten, wir wissen, wie viele Erfahrungspunkte es für den gibt's. Das ist ja bestimmt auch wieder am Kobold. Komm. Mann, ey, die kommen mir vor wie bei Dark Souls hier. Oh, schwieriger, die Kämpfe. Zack. Ja, die kann er nicht wirklich blocken. Heißt ja auch Magie. Äh. Oh. Okay. Ah, ein neuer Herausforderer nähert sich. Das ist Gnarlox. Glaubst du von dir, dass du ein furchtloser Krieger bist? Das ist kein besserer Ort, das herauszufinden als hier. In der Arena. Okay, und du musst drei Matches bestreiten, bevor du gegen den, oder bevor du dich ein Warrior nennen kannst. Und dann kannst du den großen Champion herausfordern für den Titel, wenn du dich traust. Die Arena ist tödlich, also sei sicher, dass du gut vorbereitet bist, bevor du reingehst. Ähm. Moment. Ja, dann geh und bereite dich vor. Moment. Äh. Ne. Äh, äh. Da muss ich das alles nochmal aufdecken. Das können wir machen, ist kein Problem. Aber vorher will ich nochmal speichern. Ich habe auch keine Zeit für euch hier. Ich habe gerade gesagt, ich will euch freischalten. Egal, wir kommen ja gleich wieder. Äh, Spinne. Würde ich sagen, gucken wir nochmal hier. Vielleicht tut sich ja hier irgendwo ein. Speicherpunkt auf. Oder auch nicht. Black Fever. Ach, die hilft uns weiter bei den Altaren, die wir gefunden haben. In den Katakomben. War das so? In den Katakomben. Black Fever, äh, Black Fever, Radiating Dark Energy. Würde ich fast vermuten, dass wir die brauchen. Könnt euch vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber das sind ja, ich glaube, zwei Altare, die wir gefunden haben. Wo jemals mit einer Feder stand. Das so aussah, als ob dort eine Feder gelegen hätte. Können wir vielleicht die Feder auch für, ich glaube, es waren zwei Altare auch, äh, dementsprechend benutzen. Und nicht nur für ein Altar. Gehen wir zurück zum... Oh nein, nicht die. Äh. Warum bleibe ich stehen? Warum bleibe ich stehen? Ich verstehe es nicht. Gehen wir zurück zur Stadt und speichern dort. Ob der kürzeste Weg. Oh, jetzt sehe ich den ganzen Weg hier zurück, rennen zum, ähm, Speicherpunkt. Ja, interessant. Arena. Oder... Katakomben. Gucken, was da passiert. Ich würde ja fast denken, dass man eine besondere Belohnung bekommt, wenn man die Feder da auf den Altar legt. Warum sonst sollten sie das einbauen? Würde ich vorschlagen, machen wir das als erstes, bevor wir uns in die Arena begeben. So, wo sind wir hier? Ich glaube, der Altar war da oben, also egal wo. Also hier jetzt mit sich. Dann gehe ich am besten... Hier oben zu dem Ausgang. Bin ich hier richtig? Ja. Bin ich. Bin gespannt, was passiert. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen. Na, dann komm. Hm, das war wieder clever. Geht doch gleich die Seite. Die sichere Variante. So. Damit ist dann auch die Feder weg. Logisch. Nö. Nö. Wow. Okay. Oh nein, nicht wieder so. Och, das ist doch scheiße. Es war klar, es war mehr als ein. Sägeblatt ist. Okay, hier ist nichts. Eiskaltes Händchen. Das sind das Giftwolken oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist auch meine Belohnung. Wer bist du? Zoll, hier im Dunkeln auf neue Gegner zu treffen. Ich habe ihn. Wir gehen erstmal weiter. Okay, hier ist es vielleicht doch was. 200 HP ist natürlich zu viel, 15 ist zu wenig, Törtchen für 80 ist wieder zu viel. Bennison wird genau passen, dann wird der man natürlich nie ausgeben, dann machen wir so. Ach ja, klar. Bin jetzt auch noch hier rumgesprungen. Was ist denn da so dunkel hier? Immerhin. Okay, das ist jetzt die Grabkammer hier. Dann kann man verstehen, dass hier nicht so viel Licht ist. Ah, mein Gott. Ja, zu neugierig. Und neugierig seid ihr hoffentlich auch. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bye, bye. Bye.